So, ein Mongo! Also, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Season 2, kleiner 3 und äh... Session auf der Power-up, geil, alter! Wir spielen, äh... Session, ja! Battlefield 4. Ne, 38. Mit Tetris gemischt. Und Star Wars. Wir spielen Super Evolution, Tetris Soccer... Nein, Tetris Super Evolution. Also, Leute, vielleicht seht ihr es nur, ich war vorher Level 13, jetzt bin ich Level 32. Wir haben so lange gewartet beim, äh, einfach nur warten, bis wir halt irgendwie es geschafft haben, da, bis ihr mit reinkommt. Bis, äh, bis werde ich die Aufnahme beginnen, eigentlich, dass ich hier auch mal in meinem Spawner schon bis Level 32 gefarmt habe. Ja, und beim Warten einfach gewartet. Ja, ich hab übrigens auch ein bisschen, äh, gefarmt. Ach echt? Wo das denn? Ich hab, äh, ich weiß nicht mehr, welches Level ich vorher war, aber Yodo. Ja, ich war Level 13. Jetzt bin ich 20 Mal mehr. Äh, 20 Level mehr. Ich mach, äh, also nochmal nachdecken. Wie viel war das? 2600? Hm. Trifft zu. Ich mach jetzt mal ein Überprojekt. Mach das, schmucki. So geil, Alter, die Hexe hat mir Zucker gegeben. Lass uns mal aufteilen jetzt. Mach eine geile Hexe. Äh, ruf mich jemand bis zu. Ach so, ja, genau. Zykkoli, Zykkoli, Zykkoli. Dann teilen wir uns mal auf. Äh, Alex, ruf mich jetzt. Weg mit dir. Kannst du mich ruf? Ich ruf mich jetzt. Nein. So. User left your channel. Äh. Äh, Nico, ich wäre so. Du musst, du, du musst, ach so, willst du alleine machen, oder? Ist mir wurscht. Ich kann auch so machen. Nee, weil wir laufen, bleiben wir uns. Ich laber euch dann nur rein. Ja, das ist kein Problem. Wir labern eh nicht viel. Ja, das ist immer gut. Ja, ich mache so mein Überprojekt und zwar Nether bis hoch zum Bedrock und dann übers Bedrock hinaus. Hm. Okay, ich mache mein Überprojekt. Ich mache mir einen riesen Sternpimmel. Das ist immer gut. Das ist mein Überprojekt. Nee, ich baue dann übers Bedrock hinaus und da baue ich dann eine Festung und dann ist das so die Super Secret Festung. Ja, weißt du, was das Problem ist? Dein Schwanz ist zu kurz? Nee, zu groß. Aber es gibt ein anderes Problem. Welches? Mein Schwanz ist zu groß. Ja, dann Schwanzverkleinerung. Ich empfehle es dir. Nee, ähm, was anderes. Hat bei mir auch nicht geholfen, war immer noch zu groß. Wie heißt der Shit nochmal? Ah. Dingens. Äh, wie kriegst du die Ressourcen wieder? Du musst ja sterben, damit du hier immer dein Zeug kriegst. Wer? Oh, ich habe eine Knoche gekriegt. Ihr seht, ich habe ein klein wenig hier Zeug gekriegt. Stuff und so. Cash, Money, Money, for Bitches. Alter, der Monstergrinder ist so geil. Der Monsterspawner, den ich habe. Ja, komm mir gleich auch mal runter und guck mal nach, wie das aussieht. Wo zum Geil bist du? Äh, zu Hause. Also wir bräuchten ein Schwert mit Looting, ey, ganz ehrlich. Bei mir. Ich habe einen eigenen gebaut. Wow. Was ist eine Angabe. Ich bin übrigens auch geil. Aber das wissen schon alle. Du bist kein Problem. Du bist heiß. Da ist ein Unterschied. Das weiß ich. Ey, ich bin heiß und geil. Ich stehe gerade in der Nähe von einem Feuer. Hey, ich heißer es. Hält es als valide Antwort? Moment, ich muss kurz all mein Zeug ausziehen und kurz in die Lava hüpfen. Wäre es dann heißer? Äh, immer noch. Ich, ich. Das ist das Problem. Ich habe meine Feuerresistance-Rüstung. Ohne Feuer. Dann verbrennst du ja gar nicht. Also somit bist du ja dann ganz kühl. So. Also ich komme mal kurz das Besuch in der Menze fülle und dann gibts ich schon voll auf den Püppelst. Aha. Ich finde voll geil, was du erzählst, aber ich verstehe dein Englisch nicht. Das ist nicht mal Englisch, das ist besser. Das ist ein ganz döfer Akzent. Der nicht mein Hauptakzent ist. Ich verstehe ihn nicht. Ich habe keine Ahnung, was der redet. Der muss irgendwie Barmanen reden. Das soll ich geschlüsseln. Ich gehe gleich zu den anderen und schicke euch Can rüber. Ich habe mir überlegt, ich baue eine Sonne. Was? Ich gehe gleich rüber und sage gleich Can, die wollen. Wow. Boah, ich hätte gedacht, du wärst ein Monster. Du kannst übrigens mitterspringen, ne? Da ist Wasser. Ich weiß. So schnell alle Dinge abbauen. Java. Ein Huch auf Java. Java? Achso, du bist runtergefallen. Äh, rausgeflogen. Ja, Java. Ähm, 1,2,7,4. Wuhu. Achso, ich wollte entschalten. Gut, Leute, was wird bei mir heute passieren, ne? Wir bauen. Ich bring irgendwann... Es ist so eine krasse Änderung. Ist Alex eben verschwunden? Ja, irgendwie schon. Jetzt ist er wieder da. Alter, Alex, hast du einfach Hühner draußen freigelassen, sag ich mal. Freigelassen mit, äh... Ne, nicht freigelassen. Ja, du hast einfach dann ein paar Eier geworfen. Deine Eier. Du hast deine Eier geschwungen. Ich hab meine Eier geschwungen. Die Eier geschwungen. So, ich entchant dir jetzt ernsthaft eine Schaufel. Was? Ich hab eine Schaufel gekriegt. Haltbarkeit 3, Effizienz 4, Behutsamkeit. Ja, dann hast du... Das ist bis jetzt die beste Schaufel, die ich getroppt gekriegt hab. Na, die beste Schaufel, die ich je gesehen habe. Ja, die ich insgesamt... Ja, das auch. Ne, die beste Schaufel mit Glück gefällt mir besser. Äh, ich farm grad ein wenig ab, ne? Und damit meine ich farm unsere Farm ab. Äh, ja. Und dann farm wir farm schon. So, wo ist jetzt euer Haus? Ist es da hinten, wo Peppys Ding war? Äh, ja. Ach, okay. Willst du zu uns kommen? Ne, ich guck mal vorbei, ne? Achso, ja, klar, kein Problem. Äh, geh doch in den Nether rein. Wie in den Nether? Ja, in den Nether und wieder rausgehen. Da ist... Dann kommst du doch damals direkt zu uns, oder? Ach, stimmt. Ja, nee, ähm... Ach, nee, bist du... Äh, Nether ist zu weit weg. Ist euer Portal nicht irgendwie dicht oder so? Nein, das ist noch... Das ist schon sehr lang wieder frei. What the fuck hätten wir haben? The fuck. Also ich weiß auch nicht, was los ist, aber Nico bei mir spawnt gar nichts. Bei was denn? Bei meinem Spawner. Ja, du musst halt kurz warten. Ich bin aber faul. Ja, du musst kurz warten, dann kommen immer so ein, zwei, drei Viecher runter. Könntest du ja kein Wasserfahrstuhl hinbasteln, irgendwie? Nein. Das ist so scheiße, hier hochzukommen. Achso, du bist grad bei mir zu Hause? Nein, noch nicht. Ja, dann hinterher volles Trampolin hinbasteln. Ja, ich geh gleich eher Erde farben, ne? So ein Boing, 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 Boing-Trampolin. Ach, ich hab mich schon gewundert, warum ich so wenig Kartoffeln lade, aber ich gemerkt, dass ich noch einen Stack hab. Hmm, 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 hmm. Something's wrong. Ja. Also ich kaufe es mal hoch. Du kannst nicht zählen, das ist wrong. Ich geh jetzt mal in die Hölle, wenn Minecraft Glitchow wieder abschmieren würde. Okay. Achso, da ist Can. Ein Skin ist das denn? Moment, hat Can neuen Skin? Zeig mal den Skin. Ist das etwa eine Sexdoll? Er hat sich selbst gemacht? Iiii, ein Can. Ich muss gleich mal weggehen und kotzen. Irgendwie schon. Ah, scheiße. Alter. Habt ihr was zu futtern? Habt ihr was zu futtern? Ja, hab mich. Wo seid ihr? Ich sterbe. Wo bist denn du? Wo bist denn du? Wir sind Melonen. Ja, wir stehen da in der Nähe gerade, ne? Moment. Das ist der provisorische Begriffschuss. Ich rate mal eure Melonen, ne? Ja, mach dat. Ihr habt sehr saftige und sehr große Melonen. Die sind schon schön knackig. Das sind meine. Danke fürs Komplett. Ernsthaft? Das war ein One-Shot, Entschuldigung. Geht's noch? Ich war schon halbtot durch den scheiß Hunger. Ich würde sagen, das war ein Headshot. Nein. Wie verhindert man gewollte Eindringlinge? Ja, keine Ahnung. Hey, Jan hat keine Rüstung an. Ach schade, Jan hat keine Rüstung an. Hatte keine Rüstung an. Darf ich reingehen und slayen? Wen? Ja. Hühnchen. Ich brauche Hühnchen zum Essen. Nein, wir müssen noch ein wenig. Geh ernsthaft. Geh nach vorne. Schau mal hier, wie viele Eier hier drin sind. Da kommt genug hin. Ne, warte einfach noch. Äh, ja. Muss hoch. Das nervt ihn, glaube ich, jetzt. Was? Ich muss halt noch nach oben kommen. Um, äh... Um dir die Hacke zu geben. Alex, ernsthaft, geh nach unten in den Spawner und warte halt mal zwei Minuten. Du hast eh nichts. Nein, ich hab keine Zeit für sowas. Du nimmst doch eh nicht auf. Ja, ich hab aber trotzdem keine Zeit für so einen Scheiß. Ich hab sowas auch in der Aufnahme gemacht, weil ich asozial und ranzig bin. Ja, genau. Das wussten wir aber schon vorher. Das wusstet ihr schon vorher, eben. Deswegen bin ich auch geil. Er ist geldgeil. Tötet ihn. Tötet ein paar Hühnchen jetzt. Ha. Ah, das fällt mir jetzt auf. Was für eine Sache. Nice. Meine Freundin hat mir eben gesagt, das Holy Color Festival, keine Ahnung, ob ihr das kennt, ab 16 ist. Ja, genau. Das ist ab 16. Ja. Das heißt für dich? Ja, und? Ja, das heißt, dass ich noch mit anderen Freunden auch hingehen kann. Vorher war ich halt mehr oder weniger mit nur meinen 18er Kumpels. Aber jetzt können halt auch nicht 18er Kumpels mit. Was irgendwie logisch ist, wenn es ab 16 ist. Stimmt. Aber warum sollte das Holy Fest denn nicht ab 18er Kumpels? Weil es ab 18er Kumpels ist. Was? Da wird aber nichts gesoffen oder ähnliches. Da wird einfach bloß mit Farbe geschmissen. Ja, doch, gibt auch. Ach so, okay. Ich briche viel Algo, weißt du? Ah, hüh. Oh, scheiße, eine Spinne! Hinter dir, Spinne! Lustig. Tötet es. Oh mein Gott, ein wildes Ziberius! Nein! Oh, halt. Forderst du es raus? Was? Du fordert es raus, oder? Nein! Aufs Maul! Verteidige mich. Ah, shit! Hab echt nichts zu tun, oder? Nee, da hat nichts Besseres zu tun, als mich zu killen. Hm, ich muss die Holzkiste oben platzieren. Ich würde über der Bullshit-Kiste eine zweite Bullshit-Kiste haben. Hm, das ist immer gut. Machen wir Holz halt, oh, über dem Pflanzen des Never-Zeugs. Das passt mal wieder auch nicht. Irgendwie hab ich das schlecht einsortiert. Boah, ey. Dann machen wir über Stein ist auch schon was. Über Erzten. Du hast es herausgefordert, außerdem. Du kannst ja kurz, äh... Musst du dir so noch mein Bett verlagern? Fällt mal grad auf. Ich baue gleich da oben ein Gästezimmer hin. Ein Gästezimmer. Mir fällt auf, dass ich kein Bett habe. Oh, fuck, 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 Zombies. Oh mein Gott, es sind Zombies. Wir müssen uns verteidigen. Ey, Kalli, was soll... Nein. Hey, Skalli, was sollen wir tun? Es sind Zombies. Sie werden uns tüten. Sie werden uns tüten, wenn wir uns nicht verteidigen können. Tiberius ist ein Zombie. 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 Ich weiß genau, was du singst, aber es hört sich scheiße an in deiner Fassung. Ja, weil ich nicht singen kann. Ach so. Ach so. Ach so. Es leuchtet mir alles ein. Ja, gell? Ja, so richtig mit der Taschenlampe ins Gesicht. Ja, man. Irgendwie schon. Oh, cool. Taschenlampe. Loll. Was, bist du schon bei uns? Ne, ich bin grad bei Cubeside. Die haben irgendwie so ein, keine Ahnung, Unterwasserhaus-Dingen. Ach so, ja, er will sich ein Unterwassertempel bauen oder sowas. Unterwasher-Tempel? Ja, unter Wasser. Ja, okay. Ohne Erde. Hast du die dicke Insel in der Luft eigentlich gesehen? Ja, die hab ich gesehen. Okay. Ja. Das ist meine. Hatte irgendwie was, ja, keine Ahnung, Fallungsmäßiges. Ist dick. Wollte ich gerade so damit ausdrucken, ja. Kann man 45 korrekt durch, äh, ne, kann man nicht. Mal mit einer 5 finden. Also klar, dass eine ungerade Zahl durch irgendwas teilen geht. Durch die Hälfte ist schon mal schlecht. Alex? Was? Erstmal will ich dich einfach schlagen. Wieso? Nicht nur du. Was? Aber ich tue es nicht, weil, weil, weil es wäre böse. Du hast die offizielle Lautung, es ist nicht zu tun. Ja, okay, okay. 45 kann sich, ähm, doch durch, ähm, durch, äh, durch, äh, 5 teilen. Nein, stell dir vor. Durch 5 schon? Ich hätte gedacht, durch 2. Also, 42 TNT. Die perfekte Zahl. Um Scheiße zu bauen. Was? Der macht TNT? Die perfekte Zahl, um Scheiße zu bauen. Definitiv. Um epische Scheiße zu bauen noch dazu. So, also. Was müsst ihr damit machen? Äh. Ich mach irgendwie alles nicht das, was ich wollte. Ich grabe ein Loch. Das wäre aber, äh, das wäre echt ziemlich praktisch, um einfach nur so ne, ne, ne Miene nach unten zu machen. Aber so ne, ne Loch halt. So wie so, wenn ich meinem Penis irgendwas pressen würde. Saftpresse. Oh, jetzt hab ich schon wieder Bilder im Kopf. Von Sido? Nein. Schade. Dann weiß ich leider nicht, was für Bilder du meinst. Na ja, Bilder. Weißt schon. Das müsstest du mir, das müsstest du mir nochmal erklären. So von, keine Ahnung, Zugtunneln und so. Und Zügen, die zu groß sind für den Tunneln. Du meinst mein Penis? Ja, du musst jetzt versuchen, den Zusammenhang zu erkennen, okay? Es ist nicht einfach manchmal, aber es ist möglich. Okay. Vertraust du mir auch wirklich? Hä? Wo sind meine Öfen hin? Ich hab sie geklaut. Achso, ich hab die abgebaut. Das ist natürlich blöd. Warte, ich guck mal kurz nach. Wie viele Öfen hab ich denn eigentlich? Zu wenig höchstwahrscheinlich. Ähm. Siebzehn. Ja. Zu wenig, sag ich doch. Ja, da geh noch mehr. Ich hab grad Zombie-Freunde kennengelernt. Voll nett. Echt? Hat mir voll einen High-Five gegeben. Echt? Ja. Mitten ins Gesicht, oder? Richtig ins Gesicht. Pam, pam, klatsch, klatsch. Ja, das machen die immer. Durchgehend. Geht dann irgendwann auf den Sack. Aber ansonsten ist es ganz nett. Nö, ich find das geil. Ich würd sie nur nicht zu der Pizza einladen. Die stinken immer ziemlich. Ja? Oh. Ja. Dann müsste ich wohl die Verabredung nächsten Samstag, äh, sollst du ja. Ablehnen, abbrechen. Ja. Ich sag einfach, dass ich, äh, am Schlafen bin. In meinem süßen, kuscheligen, blauen Bettchen.